Hallo! Heute werde ich Mentos in... also ich werde fünf Mentos in drei verschiedene Cola schlafen. Einmal normale Coca-Cola, einmal Cola mit Limette und einmal Cola-Seroom. Und ich beginne mit normaler Coca-Cola. So. Machen wir mal auf. Schalten auf mich. Dann werde ich jetzt da die Mentos reingeben. Okay. Ich habe nicht alle reingegeben. Ich habe drei reingegeben, aber es ist in die Höhe gegangen. So. Hier zwei Mentos. Dann zwei Mentos. Und nichts. So. So. Jetzt werde ich. Das ist kurz. Jetzt werde ich Cola-Sero nehmen. Ich werde da schauen, dass ich alle fünf reingebe. So. Dann werde ich es probieren. Drei, zwei, eins. Okay. Das ist auf einmal losgeschäumt. So. Also. Ein Mentos ist mir runtergefallen. Dann zwei. Zwei. Und zwei liegen hier am Tisch. Und jetzt kommt die letzte. Und ich probiere es einmal. Aber du hast funktioniert mehr. Nein. Und jetzt kommt der letzte Versuch. so. Und ich will es mal ganz hoch in die Luft zurückkommen. So. Und jetzt. Und jetzt. Probier es mit. Cola. Mit Limiter. Okay. Funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und da ist sehr viel Schaum drin. Also. Ich muss jetzt hier. Aufräumen. Und. Tschüss.